Drei Zeichen, dass du deine Seelenaufgabe gerade findest. Du spürst, dass du von einer höheren Macht geleitet wirst und bald erfährst, wohin dich das Leben hinführt. Du hast aufgegeben, Dinge zu tun, die die Gesellschaft von dir erwarten, und findest Gefallen daran, dir selbst treu zu sein. Du hast erkannt, dass es nicht darum geht, materielle Güter anzusammeln und auch nicht um das Prestige gegenüber anderen Menschen. Drei Zeichen, dass du deine Seelenaufgabe gerade findest, dass du deine Seelenaufgabe